Okay, also, ich erzähle euch ein bisschen was über DITSI, das wird wahrscheinlich kein Niner-Talks, sondern ein kurzer Talk und es ist auch nicht irgendwie furchtbar technisch, sondern eher so eine Sache, was macht überhaupt der Vorstand und was tun wir überhaupt für euch und so. Am 6. März war eine Vorstandssitzung und auf dieser Vorstandssitzung bestand der Plan, da ist die Idee aufgekommen, unsere Infrastruktur für Anträge ist momentan totaler Mist. Wir haben dummerweise in der Geschäftsordnung stehen, dass wenn ein Antrag über unsere Mailingliste geht, dann müssen Zustimmung und Ablehnung und, ja, eigentlich nur diese beiden Sachen, die müssen signiert sein. Das steht in der Geschäftsordnung, sonst sind die nicht gültig. Und das führt dazu, dass alle Pläne, ein Ticketsystem dazu einzuführen, also ein Redmine oder sowas in der Richtung, immer so ein bisschen mit dem Ergebnis verlaufen sind, ah, kriegen wir das aus der Geschäftsordnung nicht rein und wenn wir Anträge nicht in unserem Ticketsystem machen können, sondern sowas wie To-Dos nur, dann ist es auch so eine Help-Archigation, dann machen wir es lieber gar nicht. Deswegen hatten wir ewig lange kein Ticketsystem und kein gar nichts dafür. Und dann ist auf dieser Vorstandssitzung die Idee aufgekommen, hey, eigentlich kann man dafür ja einfach mal ein kleines Tool schreiben und das ist auch gar nicht so kompliziert und wahrscheinlich hatte ich irgendwas total wichtiges anderes zu tun, deswegen habe ich mir an dem Tag die Zeit genommen, um ein bisschen ein Whiteboard, das war dann so die Ausarbeitung dieser Ideen. Und zwar war die Tool-Idee, wir machen eine Antragsliste, das ist jetzt nicht passiert, es geht einfach nur über die normalen Vorstandsliste, aber das war damals noch so ein Gedanke. Aus dem nehme ich in meiner Mail-Chain einfach ein Programm, was in eine Datenbank, dieses Ding hier ist, das ist die Cloud, Datenbank-Cloud, so stellt man eine professionelle Datenbank da, was da einfach mitschreibt, was da so drüber geht und dabei möglichst auch Sachen signiert. Also es werden Anträge gespeichert und für jeden Antrag gibt es dann irgendwie so und so viele Votes und die Votes sind mit den Vorstandsmitgliedern verbunden. Total simple Datenbank, in die speichere ich das rein, also Write-only, ohne wo es irgendwann irgendwie da was anderes mitzumachen. Außerdem kann ich dann die Public Keys, kann ich mir auch nehmen und dann gucken, ob die E-Mail, die ich gerade mir angucke, ob die signiert ist korrekt. Gut. Ja, und das kann man dann aus der Datenbank Read-only, nämlich ein Web-Frontend und das kann man dann zum Beispiel, kann dann sowieso hier aussehen. Das war die Idee, das war am 6. März und dann zu dem Zeitpunkt war es noch so ein bisschen, man müsste mal, und dann haben wir total viele andere Sachen zu tun gehabt, überraschenderweise. Und dann hatte ich auf dem Easter Hack, hatte ich mir total viel Hardware mitgenommen, um damit zu basteln, meinen Quadcopter, aber stundenlang Hardware basteln, das liegt mir irgendwie nach wie vor nicht so richtig. Und immer wenn ich ein paar Stunden Hardware gemacht habe und gelötet habe, dann musste ich immer Software machen und dann habe ich halt ein bisschen daran gearbeitet und das ist dann herausgekommen. Hey! Tonis! Ja, das hat irgendwer hat, äh, ich habe mich nur an den Plan hier gehalten. Da. Das hat nicht mal ich dazu geschrieben, ich weiß nicht, wer das dazu geschrieben hat. Hervorragend. Ja, das habe ich dann so umgesetzt. Und, ähm, wir hatten vorher echt so drei Anträge die Woche oder sowas, echt viele. Und seitdem, das ist jetzt irgendwie ab, seit, seit Mitte April, ne, seit Ostern, seit, wie ich sage, seit Ostern, gab es zwei Testanträge und einen Antrag von mir, weil ich Geld mit dem Verbundmördel wieder haben wollte. Und sonst war das irgendwie, äh, Funkstille. Ist irgendwie typisch. Aber, also, das funktioniert jetzt. Äh, man hat hier, man sieht hier den Thread-Starter und man sieht das Subject und die, das gibt noch gleich eine Umlaufverschlussnummer. Dann sieht das Packard noch keine Mail signiert. Äh, Packard noch gar nicht gevotet. Wir haben hier, äh, nicht und R und C und L und H und P und, äh, und, äh, und in dem, äh, also in dem Testantrag haben wir dann möglichst viele verschiedene Szenarien. Das ist so ein Thread mit allen, das ist ja ein Thread mit allen möglichen, äh, Test-Cases wie, äh, ne neutrale Vote, der einen Plus-Vote überschreibt, aber eigentlich gar nicht signiert ist. Achso, das sieht man hier. Na, vielleicht nicht so gut. Ähm. Sieht das generell nicht gut, aber das ist, glaube ich, ein anderes Problem. Was? Rot-Grün. Sehr geschwächer. Sehr rot-Grün. Sehr schwächer. Ja, sehr rot-Grün. Sehr schwächer. Keine Ahnung. Über Blinde lernen wir heute noch was. Auf der Texte. Ähm, ja, das Ganze ist, äh, äh, so entstanden und dann habe ich da im Design quasi nichts mehr dran gemacht. Kannst du kurz erklären, wie es zu der Namensfindung kam? Ich brauch den Namen. Da stand Ponies. Da stand Ponies. Sie wussten irgendwie Ponies einfach. Das ist Ditsi, offensichtlich. Ah ja. Das ist Ditsi-Du, äh, und Ditsi-Du ist das Mail-Pony und deswegen ist das Ding Ditsi. Ähm, dieses grüne Ding hier, also das, was in dem Kreis ist, das ist, äh, der, der, der Vote. Grün ist ja, blau ist vielleicht, oder, oder Enthaltung und, äh, rot ist nein. Weiß ist gar nicht. Und ein grüner Ring ist immer signiert, ein roter Ring ist immer, äh, nicht signiert. Und ja, dann hier daneben, ne, vier von vier. Okay, das hier sind jetzt vier Plusvotes und allem. Diese UB-Nummer, das ist das, was, das hat vorher Christi von Hand gemacht, die ganze Zeit. Das ist das, was im Wiki landet, was dann auf der Vorstandssitzungsseite, äh, bei jeder Vorstandssitzung haben wir immer eine Liste von Umlaufbeschlüssen gehabt, die auch durchnummeriert waren. Und dann mussten wir die alle ja nochmal absegen, dann auf der richtigen, die Umlaufbeschlüsse müssen wir mal absegen auf den Vorstandssitzungen. Die werden dann natürlich auch einfach am, äh, am Datum und dann durchnummeriert. Ja. Eigentlich keine große Sache. Was vielleicht noch? Was macht ihr, wenn an einem Datum zwei Anträge eingehen? Ich wollte grad sagen. Das sind keine, das, das, die, die letzte Zahl ist ne, ist ne laufende Nummer für den Monat. Das ist nicht erste, zweite, dritte, vierte. Sieht wie ISO aus. Ja, und vor allem, ja. Das ist unser Format, aber, ja. Ja, wir können das gerne noch ändern. Ich werde auf den Tag da rein zum anderen. Von mir aus. Und es sieht aus wie ISO, weil meine ganzen Daten sind. Das liegt auf GitHub im Start um 0, äh, du kannst ein Pull Request machen, das ist gar kein Problem. Oh, das ist super. Äh, das mag ich nicht, ja dann. Fix it yourself. Fix it yourself. Ja, warte mal, hab ich hier irgendwie das Ganze noch offen, ja. Ähm, wenn es sich denn mal bequemt, diese Datei hier zu ketten. Na? Nein? Vielleicht? Nein? Da. Äh, das Ganze jetzt so implementiert. Ganz simpel. Das hier Zeug passt irgendwie meine, 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 äh, Mailchain. Warum ist denn da links abgeschnitten? So. Äh, es wird einfach, guckt nach dem ListID-Header, wenn der Listname Vorstand ist, dann wird das Ding, äh, viel besser. Äh, wenn das Ding Vorstand im Listname, äh, ein Listname von Vorstand hat, dann wird das, äh, wird die E-Mail gecurlt an eine Post-URL von einem, von einem lokalen Server, der läuft. Das Ganze ist also quasi restful-RP. Es wird einfach ein Post-Request und der Get-Request ist dann wieder das angucken. Total schön eigentlich. Ähm, völlig unspektakulär. Aber, was dann noch, äh, äh, so eine Sache war. Was dann noch so eine Sache war, das mit den Signaturen. Da kamen Lasern an und schreibt eine Mail von seinem Handy und das war dann eine Clear-Text-Signature. Ja, gut, Clear-Text-Signature. So, guckst du mal. Ja, signiert nicht. Ja, wenn du jetzt irgendwie das Transfer-Encoding nachher anwendest, dann funktioniert das ja. Dann wird das wohl so gehen mit Clear-Text-Signatures. Dann kommt Chrissi an, schreibt eine Clear-Text-Signature aus seinem Thunderbird. Da geht das dann nicht. Ja, da geht das dann nicht. Und, also Clear-Text-Signatures sind kaputt. Anders, es gibt, äh, 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 vielleicht ein bisschen Hintergrund. E-Mails gibt's, äh, 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 ein Plain-Text-Teil und ein Zip-Teil und ein, äh, äh, JPEG-Teil. Das sind dann drei Teile dieser Mail mit verschiedenen Mine-Types. Und sinnvollerweise macht man eine signierte Mail, indem man erstens einen Text-Teil und zweitens ein Signatur-Teil macht, sodass die Signatur über den Text ist und das funktioniert. Das gab's nicht schon immer, dass das E-Mails so aufgeteilt waren, dass alles in Attachments ist quasi. Sondern früher hat man halt einfach Mail, äh, 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 Text da reingeschrieben und deswegen musste dann auch für Plantex Signaturen, die Signatur an sich, also die Binary Daten, die mussten dann irgendwie mit in die Mail rein und das ist das, was man ab und zu in E-Mails sieht, dass da unten dann irgendwie so ein Textgeraffel dran ist mit vielen Zahlen und Möb und mit diesem Beginn, genau Funny Characters und Beginn Clear Text Signature oder sowas steht dann da drin, das ist das, was man da sieht. Damit umzugehen, dass, oh, ich hab's am Ende, das sieht man hier unten ganz hübsch, Moment. Ganz viele Fälle testen, wenn einer... Nein, also tatsächlich, na, ey, was ist da los, ey? Zeit für neue Art, ja. So slow. Das ist nicht auf meinem lokalen Rechner, offensichtlicherweise, das ist dieses Mal, das scheint gerade irgendwas... Ja, ich brauch grad Internet. Was ich tatsächlich mache ist, ich probiere das Lasernencoding aus, ob das damit funktioniert, ich schreibe die Datei im richtigen Encoding hin, wenn damit die Signatur verifiziert werden kann, dann sage ich, ja, läuft. Wenn nicht, dann versuche ich es im Chrissi-Format hinzuschreiben, und wenn es damit geht, dann sage ich, ja, läuft. Das heißt, es gibt potenziell mindestens zwei verschiedene Möglichkeiten, äh, zwei verschiedene E-Mails, die mit den jeweiligen Signaturen akzeptiert werden. Das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Ja, genau, also hier, hier sieht man das, äh, ach, da oben ist es noch. So, hier sieht man das, ne, ich schreibe in eine Mail-Textdatei, schreibe ich das rein, dann rufe ich GPGV auf, um das zu verifizieren, wenn es nicht verifiziert ist, dann schreibe ich es in einem anderen Encoding, nämlich nicht im Encoding der E-Mail, sondern einfach in meinem Systemencoding, also das, was Python benutzt, da rein, und ja, damit funktioniert mehr. Ich bin mal gespannt, ob ich damit 100% der Fälle abdecke, zumindest die E-Mail-Kleinheit des aktuellen Vorstandes scheine ich damit äh, unter einen Hut geklickt zu haben, wahrscheinlich muss man das nachbessern, on the go. Und wenn ich dann meine Mail schreibe? Ja, von Pekka habe ich noch keinen Test-Sample, die Wahrscheinlichkeit scheint mir gegeben oder sogar hoch, dass das, äh, dann nochmal, ja, naja. Versteckte Aufforderung zur Wiederwahl. Ja, das hat jetzt Lasern gesagt. Okay, ja, ne, so, ne, so, ne, ich bin nochmal gespannt drauf, wenn wir jetzt irgendwie tatsächlich noch mal ein paar mehr Anträge durchgehen, dann sieht das hier bestimmt auch total super aus und denkt man sich, ja, das hat sich gelohnt, ja, auffallend. Ähm, das war so mein Softwareprojekt, was ich auf dem E-Site gemacht habe. Ähm, vielleicht noch kurz so als Ausführung, wie es weitergehen soll, äh, das ist jetzt Login-Only für den Vorstand. Achso, mhm. Weil ja auch unter Umständen vielleicht so ein paar Anträge von, äh, Mitgliedern kommen, äh, die nicht mehr Mitglieder sein wollen, oder die Mitglieder sein wollen, oder Mitglieder, die ja die wir ermittigen haben wollen. Das wollen wir euch natürlich, ähm, aus Datenschutzgründen nicht unbedingt sagen. Ähm, es wird vielleicht, ähm, also im Moment gibt es ja im Wiki so eine Seite, ähm, ähm, auf der nächste Vorstandssitzung-Seite, äh, wo aufgeführt ist, welche, äh, Anträge so angegangen sind, äh, eingegangen sind bei uns. Und, äh, daraus kann man im Prinzip auch direkt aus dem Dizi einen Export einmal machen und gucken, ob das irgendwie, äh, ob da irgendwie Daten drin sind, die, äh, äh, geschützt werden sollten und dann einfach ins Wiki reinpasten. Das würde im Prinzip auch gehen, oder? Also bei, in dieser Planungsphase hier sieht man dann auch, dass mit dem PNP ist Public und Non-Public. Und, ähm, es wäre relativ simpel zu implementieren, einfach wenn irgendwer vom Vorstand, eckige Klammer Public, eckige Klammer zu, äh, in der E-Mail-Seite drin hat, dass dann der Antrag auch ohne Login einfach da halt angezeigt wird auf der Seite. Das wäre machbar. Ja, ist bis jetzt noch nicht drin. Mal sehen, wieso der Bedarf ist. Und, äh, ja, könnte halt dazu fühlen, dass wenn ein Vorstand dann wirklich der Meinung ist, das machen wir Public und wer anders sagt, aber nein, das sollte gar nicht Public sein, dann kann sowas halt zu Streit führen. Deswegen habe ich es jetzt erstmal noch rausgelassen. Naja. Ob das ein realistisches Szenario ist. Ja, ob das wirklich ein realistisches Szenario ist, weil, okay, wir können ja einfach mal kurz eine Umfrage machen, wie viele Leute von euch haben schon mal auf dieser Umlaufbeschlussseite vor einer Vorstandssitzung jemals geguckt, was denn, was wir denn so beschlossen haben in der Zeit? Na gut, jetzt kommt der Source-Code auf Github, bitte, äh, auf Github, bestellen Pull-Requests. Äh, ja, also, wenn ihr das Publix sehen wollt, dann macht ihr Pull-Requests. Das Ganze ist, äh, völlig undokumentiert und, äh, nein, wie gesagt, der Aufwand wäre nicht so hoch, äh, mal sehen, vielleicht, wenn irgendwie, vielleicht auf den nächsten Semester-Hack, wenn ich da ganz viel Zeit drüber habe. Naja. Okay. Du's Wort. Flo, Flo, hast Fein gemacht.